Hallo ihr Lieben, heute Abend versuchen wir es ein weiteres Mal mit Witcher 3. So ab 20.30 Uhr circa werden wir es ein weiteres Mal versuchen, hier Geralt durch die Lande zu führen und ein Abenteuer zu erleben. Wir hoffen, dass das Spiel stabil läuft. Wir werden es einfach erleben, mal gucken. So ab 22.30 Uhr werde ich mit dem lieben Schnaf zusammen ein wenig spielen. Wir wollen nochmal eine Runde zusammen in DayZ losziehen und ein bisschen quatschen. Und ich freue mich drauf. Wenn ihr Bock habt, heute Abend so zwei Stündchen erstmal Witcher zu erleben und dann mit Schnaf und mir das Abenteuer in DayZ in Scherneros zu erleben, dann schaltet doch ein. 20.30 Uhr auf Twitch. Hirnsturz zockt. Ich freue mich auf euch. Bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss.